Hallo liebe 96-Fans, hier ist Janis Horn. Ich freue mich auf die Saison mit euch. Bevor ich das Feld betrete, bete ich noch einmal, gehe in mich und dann gehe ich auf den Platz. Viel mit meiner Freundin oder mit meinen Freunden und ich gehe gerne ins Kino oder schön was essen. Ich war noch nie auf den Malediven, da würde ich gerne einmal hin. Manchmal bei einer Cola, die trinke ich sehr gerne und an einem freien Tag oder in der Sommerpause auch mal eine schöne leckere Salami-Pizza. Lockerer Typ.